Was bekommt der Zwilling in der zweiten August-Hälfte für eine Karte? Dankeschön. Oh, der Stern, das finde ich wunderbar. Das ist die Karte vom Wassermann und es ist gleichzeitig auch die Heilungskarte, die stärkste Heilungskarte. Wenn du für irgendetwas Heilung brauchst, so wird sie dir gegeben. Du wirst auch an die Ressourcen geleitet, die du derzeit nötig hast, ganz egal, ob das ein Job ist, eine Wohnung, Geld, was auch immer. Dein Leitstern ist für dich da und bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Ganz, ganz toll. Ich wünsche dir eine schöne zweite August-Hälfte. Tschüss.